Und sterblich. Achso, ist er wenigstens tot? Ja, der ist so der Ohr hat man nicht miss. Sag jetzt nicht, wir hätten den nicht runtergemusst. Komm und nicht mehr. Nicht dein Ernst. Stopp. Oh Gott. Und das jetzt bei zwei Unsterblichen. Kommt eins ab. Kommt eins der Nächste. Lass abhauen. Ich muss kurz schließen, beschütz mich bitte. Nicht dein Ernst. Aufs. Hoch, oder? Ja. ja ich höre ihn noch aber ich habe absolut kein plan wo er ist ich will auch gar nicht wissen wo er ist so aus der kunde erzähl mal ich hab da habe ich kaum munition nur noch die die da hinten liegt wo da in dem ding drin in der nische drin lag eine munition noch mal mehr starrgewerft bei mir war da munition viel spaß beim wieder rauskommt das dauert immer voll bis man da wieder rauskommt hoffen wir einfach mal dass man munition finden ok ich hoffe dass wir den unsterblichen nicht noch mal finden warum sage ich noch ja drei drei einfach mal habt ihr sonst keine monster oder warum kommt jetzt nur noch der in tausendfacher ausführung oh gott da war eine ding sand oh kannst du mir kurz save me da sind wir munition verabschieden du weißt dass ich nur noch eine stase habe oder ich hoffe das ist dir bewusst weiter go komm rein, komm rein, komm rein, komm rein komm rein ich hab noch drei medikits vier medikits warum kann ich da nichts drauf bringen vier medikits auf ihre nachricht wartet ein jetzt ausgrabungsteams gehörten einige unserer klügsten moment ich will es hören was mit ihnen hier unten passiert ist dient uns allen als abschreckendes beispiel was haben sie zu einem solch extremen verhalten getrieben zu solcher verderbtheit und gewalt ich habe ihre leichen im auffangraum beschlagnahmt dort hoffe ich antworten zu finden nicht nur hinsichtlich ihres ablebens sondern auch bezüglich des artefakts das sie in den tiefen entdeckten ok ich denke bei den jungs werden wir jetzt begegnen oder oder solchen jungs ich bin da gerade irgendwie für ein bisschen loot am stauben ja hier waren wir doch schon na da waren wir natürlich waren wir hier schon es sieht genauso aus wie das wo wir vorher waren wir waren ja davor in sachen nur drinnen halt mich verblöde das ist der gleiche gang wie vorher auf jeden fall ja da ist das fiech wo ich gesagt habe das hast du das gerade getötet das ist genau der gleiche gang wie gerade eben nein schaut da her illuminati oh mein gott jetzt wissen wir wer den marker gebaut hat das ist der gleiche gang wie wir sind die das ist wie er schluss gemacht ich habe absolut keine ahnen das ist ne geile tür na ganz im ernst oder guck mal hier haben wir ne disco kugel ach das sind wir ich dachte schon diese runden punkte weil das ist das sieht aus wie ne disco kugel wir sind es unsere helme schwere losigkeit aktiviert hast du toll gemacht hermann ich wollte gerade fragen wo wir weiter kommen das hat sich gerade erledigt da der hermann die schwerkraft eraktiviert hat deaktiviert ach du scheiße da nach oben die kugel den 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 Durch. Aber kann ich hier nicht lang... Ach, Alter, die Decke. Wo sind die Viecher? Was? Wenn man erst mal verstanden, dass hier das funktioniert, das ist total easy. Beschütz mich. Man muss einfach nur... Das wird am Anfang ganz kurz abgespielt, wie du es machen musst. Sind wir da? Alter, wo ist denn jeder Glamm denn? Oh mein Gott, was zum... Diese Scheiben auf dem Boden. Sie verbessern unsere TK-Kapazität. Aber Hölle, tu die weh! Danke für die Warnung. Was ist mit Staser? Was soll damit sein? Glauben Sie, sie wird auch verstanden? Probieren Sie es aus und geben Sie mir Bescheid. Wow. Ach du Haie, äh. Ich hab ne Uptread-Platine hergezogen. Oh, Moment. Was sollen wir jetzt hier tun? Okay. Oh Mann... Bist du fertig? Haben wir einen neuen Anzug? Ne. Ja. Ja? Ne. Ja. Rig Upgrade. Oh, jetzt fehlen wir noch 400 Halbleiter. What the fuck. Stase in die Dauer und Aufladezeit. Erhöht Anzahl Schüsse. Auf jeden Fall. Wenn jetzt hier Unsterbliche sind, mache ich das jetzt auf jeden Fall besser. Irgendeine Stase hätte man allgemein in bestimmten Situationen eigentlich besser anwenden können. Oder öfter. Okay. Meine Stase ist übelst aufgemotzt jetzt. Ich werde meine Stase da noch kurz ein bisschen auf. Ich glaube, ich habe 16 Vorstoff auf Maximum. Ich habe die jetzt auf 4 Schüsse und Dauer ist komplett oben. Also ich denke mal, die Unsterblichen dürften jetzt kein Problem mehr sein. Den Rest können wir machen beim zweiten Mal durchspielen, den Anzug komplett aufwerten und den ganzen Mist. Ja, mir würde jetzt zum Anzug immer viel fehlen. Ja, mir aber. Ich mache den Anzug, du machst den Rest. Was der fuck war denn das jetzt? Du hast dich gerade vollgeportet. Ah, gibt es hier noch irgendwas Interessantes? Das ist... Ich habe gerade irgendwie fast einen Schluck auf. Was ist hier los? Nichts. Ein sehr interessanter Raum. Einfach gar nicht. Alter, guck dir mal die riesen Hände an. Guck mal an, wie groß die Viecher waren. Na ganz ehrlich, so... Aber sowas ist sicher nicht von Aliens erbaut. Aber warte mal. Natürlich ist es von Aliens erbaut. Und ein bisschen aufwerten. Oh ja, das ist eine gute Idee. Der Raum dort ist sicher nicht von Aliens. Die letzten paar Mal an die Bench gehen. Warte mal, wie viel Zeug ich dabei hatte. What the fuck? Was hatte ich bitte alles dabei? Hey, vielleicht kann ich meinen Anzug jetzt doch noch aufwerten. Warte mal, ich guck mal eben schnell. Ist der eh noch kurz beschäftigt, dann guck ich mal. Vielleicht kann ich nur irgendwo irgendwas reinhauen. Okay, immer noch nicht. Luft brauche ich jetzt nicht so dringend. Vielleicht kann ich hier jetzt noch. Nee, kann ich auch nicht. Okay. Also nichts mehr. Hm. Kann man weiter? Oh ja, stimmt. Den haben wir ja auch noch. Da haben wir nur alle drei. Den haben wir ja auch noch, den Lawiner. Äh, den Schlawiner. Den Lawiner. Egal, kann ich vergessen. Dann halt nicht. Boah, diese Pads machen den ganz schön fertig, gell. Oh, oh. So. So. Die letzten Atemzüge würde ich mal vermuten. Von dem Spiel. So viel kann er ja jetzt nicht mehr kommen. Ich habe überlegt, wie lange wir jetzt schon wieder rumlaufen. Ja, hast doch wieder recht. Verbindung unterbrochen. Was ist denn hier los? Also, ich habe die ganze Zeit Verbindung unterbrochen kurz. Okay. Das ist sehr seltsam. Lass mich jetzt mal mit der Straße rumspielen. Ich nenne das Promenade. Eine der vielen Verbindungen direkt zum Herzen der Maschine. Ohne den Kodex kann ich nur spekulieren, aber ich vermute, die Maschine muss geöffnet werden, um Änderungen vornehmen zu können. Ich glaube, die Monolithen auf diesem Plateau beraten. Als ich auf dem scheibenförmigen Bereich auf dem Boden stand, erkannte ich, dass ich sie mit meinem Chinesemodul manipulieren kann. Die beiden Hörungsrufler an der Wand hinter mir lassen darauf schließen, dass eine Konfiguration die Maschine öffnet, eine andere nimmt Änderungen an der internen Programmierung. Ach so, okay, ich verstehe. Wenn Sie alle meine Forschungsergebnisse befolgt haben, müssen Sie hier vielleicht zurückkehren, um die letzte Phase einzuleiten. Das Rechte wird wahrscheinlich heißen, wir machen es so, dass die Marker alles einnehmen. Kauber, haben Sie das gesehen? Ja, was zum Henker ist da gerade passiert? Das ist keine Stadt. Das alles hier ist die Maschine. Sie sind der Schrauber. Wie kriegen wir das hin? Wir halten uns an Serranos Hinweise und rekonfigurieren die Maschine. Wir haben gerade eine Verbindung zum Herzen der Stadt geöffnet. Wenn es ein Kontrollzentrum für den Codex gibt, dann da. Kommen Sie! Okay. Haben wir jetzt das Richtige oder das Falsche aktiviert? Weil ich habe mir nur da gesehen, so leuchten ja aktivieren. Das linke von den Bildern, so wie wir es jetzt gerade konfiguriert haben, sieht nach dem aus, dass es weg kommt. Und das rechte sieht so aus, als würde man damit die Marker aktivieren. Ich habe mit dem Teil, was Maximum einen Schaden macht, aufgeschossen. Was genau ist das jetzt? Was genau ist das jetzt? Warte auf Partner. Okay. Dann warte ich mal auf den Partner. Komm mal her, Partner. Werden wir jetzt hochgeschossen? Festhalten! Alter, wir müssen steuern auch noch ordentlich. Ich dachte eigentlich, das wird jetzt eine Videosequenz. Full Speed! Aber ist cool! Da war doch nicht schwer. Ach, die haben komische Fortbewegungsmittel, diese Aliens, das muss ich schon sagen. Da ober der Tür steht sogar, wie man es anmachen muss. Das, das, das. Nein, über der Tür steht nicht, wie man es anmachen muss. Über der Tür stehen die Laute, was wir schon die ganze Zeit hören. Das, das, das! Der Tür steht wieder, wenn wir zehnmal kommen. Die Augen aufmachen müssen, wenn sich das hierher persönlich wieder anfangen. Der Tür steht noch nicht mehr, ist, dass ich einen Mann leine. Das, der Tür steht, wie man es hat. Das, das ist, der Tür steht. Es gibt einen Punkt, wie man es schmerzt. Und, wie man es wird, wie man es kann. Der Tür steht noch nicht mehr, wie man es schmerzen. Der Tür steht. Der Tür steht, wie sie alle sind. Ich bin dran. Jetzt muss es gehen. Das muss man aber auch erstmal kapieren. Ohne Witz. Das ist gar nicht so einfach. Das ist auf jeden Fall in gewisser Hinsicht nicht leicht. Ja, das ist wahr. Nicht nur vom Schießen her. Hello. There is an act fact. What is this? Ohne Witz. Ohne Witz. Ohne Witz. Ohne Witz. Jetzt haben wir gerade auf. Gefällt dir wieder, gell? Damit du mit deinem Chinesemodul noch weiter schießen kannst. So. Hier ist noch so ein Teil. Hey Carver. Ich wette mit diesem super aufgeladenen Effekt können wir die Necromox Gliedmaßen per TK abhacken, während sie sich noch bewegen. Perfekt. Danke für den Tipp. Das Teil haut jetzt gut rein. Ah, jetzt check ich was er gemeint hat. So hat er das gemeint. Aha. Ah, du scheiße. Dein Gliedmaß vom Leib gerissen. Oh Gott, schon wieder. Ja. Nochmal? Na ja. custodium könel CK